Weiter geht's mit Valiant Hearts. Wir sind am Anfang von Kapitel 2 und die Taube flattert hier immer noch rum. Wenn wir uns schmeißen, nein, wir haben noch keinerlei Munition. Jetzt haben wir was zum Werfen. Aha, okay, Projektil. Erstmal auf die Tauben da hinten, die gepanzerten wohlgemerkt, denn die haben... War das jetzt clever? Okay. Vielleicht kommen wir noch irgendwie da unten auf die Straße. So, jetzt pfeffern wir erstmal hier die Taube weg. Entschuldigung! Okay, das war sogar richtig. Der Schlüssel hätte ja theoretisch auch auf die Straße fallen können. Da ist was drin. Was ist das? Ein Schmuckkästchen. Ein Tintenfass. Kugelschreiber wurden erst 1950 erfunden, daher mussten die Soldaten ihrer Briefe noch mit einer Feder schreiben. Die Tinte wurde hierfür in ein Tintenfass gefüllt, in das man die Feder regelmäßig eintauchen musste. Ach was! Das ist neu. Okay. Sonst irgendwas? Außer die Tür? Wer bist du? Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Oh, hier ist noch was. Ein Brief einer belgischen Zivilistin in Paris. Liebe Eltern, wir sind vor den Deutschen geflohen, um mit unseren Kindern Zuflucht in Frankreich zu finden. Leider rückten die Deutschen immer weiter vor und Paris befindet sich so gut wie im Belagerungszustand. Wenn Paris fällt, werden wir nach Lüttich zurückkehren. Deine liebe Tochter Mathilde. Willst du, Mathilde? Du hast ein Glas an deiner Schürze. Okay, da ist eine Uhr. Es ist 10 vor 3. 10 vor 3? Muss aber mitten in der Nacht sein. Oh, hier ist sogar 4 Uhr. Okay. Ausrufezeichen. Taxis an die Maren. Pariser Taxis werden beschlagnahmt. Extra Blatt, Extra Blatt. Oh, da ist sogar die Uhr, die wir abgefeuert haben. Die Deutsche Armee vor Paris. Anfang September 1914 war die Deutsche Armee bis auf 30 Kilometer an die französische Hauptstadt herangekommen. Die Regierung war nach Bordeaux geflohen, wo sie stündlich mit der Einnahme von Paris rechnete. Belgien war weitgehend in deutscher Hand, allerdings gelangen es 75.000 Soldaten unter dem Befehl des Königs, Ypern und Iserre vor der Eroberung durch deutsche Truppen zu bewahren. Hallo französischer Soldat. Und da ist die Uhr. Uhr mit zerrissenem Armband. Ein Uhr. Ein Uhr. Jetzt ist es ein Uhr. Vorher war es 4 Uhr, vorher war es Viertel, vorher drei. Ein Uhr mit einem Armband, das von einer Motorkurbel zerrissen wurde. Bevor die Zündung mithilfe einer Batterie erfunden war, wurden Automotoren durch das Drehen einer Anlasskurbel gestartet. Wenn der Motor dann ansprang, musste der Kurbel nur den Griff schnell lösen, da sich die Kurbel sonst mitdrehte und böse Verletzungen verursachen konnte. Na gut, dass das heute nicht mehr so ist. Haben wir noch sonst irgendwas vergessen im Häuschen? Mit dem Mädchen können wir nichts machen. Auch nicht. Okay. Raus aus dem Haus. Uhu. Schöne Aussicht. Auf die Laternen. Aha. Ein Hydrant. Ein Hydrant, dem das Dreieck fehlt. Ja, vermutlich ein Gewinde. Ah, hier haben wir ein viereckiges Gewinde. Und ein Kreuz. Schraubendreher. Okay. Können wir damit noch nichts machen. Reifen haben wir hier. Gut, selbst ist die Frau. Das war jetzt nicht sonderlich schwer. Ah. Hier fehlt Wasser. Sagen wir noch was? Le Petit Journal. Zeitungen. Die Hauptinformationsquelle war damals die Zeitung. Radioempfänger steckten noch in den Kinderschuhen. Kleine Radioempfänger. Und das Fernsehen existierte nicht. Viele Zeitungen widmeten den Ereignissen an der Front einen eigenen Teil, der neben die allgemeinen Meldungen und den Lokalteil trat. Außerdem wurden in einigen Blättern tägliche Listen der Kriegsgefangenen und Gefallenen veröffentlicht. Okay, wir müssen den Motor mit Wasser befüllen und in irgendeiner Weise vermutlich dann den Wagenheber runterlassen. Hier kriegen wir Wasser her. Hä, wo kommt die denn jetzt her? Okay. Können wir nur einen mitnehmen? Ja, wir können nur einen mitnehmen. Okay. Quadrat. Hilft vermutlich hier. Yep. So, dann zurück zur Frau. Und der müssen wir auf irgendeine Art und Weise das Glas stippitzen. Hier ist auf jeden Fall das Dreieck drin. Dementsprechend passt der Schraubenschlüssel hier. Das Wasser läuft, wir lassen es aber mal laufen. War ja eh nicht knapp. Okay, das Mädchen braucht ärztlichen Beistand. Gut, dass wir eine Arzttasche dabei haben. Was ist das denn? Was war das jetzt? Ups. Das ist eine Art Pulsschlag. Naja, wie dem auch sei, es hat funktioniert. Bitteschön. Hier ist das Glas. Danke. So, mit dem Glas rüber zum Hütranden. Wasser zapfen. Rotor kühlen. Und auf geht's. Wo? Das Auto ist voll. Möja, in dem Tags. Ölach, Paris. Klikkli. Okay. Ups. Klar. Du, 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 du. Also ein Ausweichspiel hatten wir schon mal. Oh. Da hab ich mir auch Fässer angerollt. Hallo? Tschüss. Wie heißt das Stück? Ist das der Kankau? Können wir ihn von der Straße kicken? Okay, es gibt... Doch, es gibt Berührung. Jetzt müssen wir tanzen. Aber warum waren die so? Wuh. Wuh. Viel mehr Berührung dürfen wir uns, glaube ich, nicht erlauben. Mut zur Lücke. Mut zur Lücke. Zieh rüber. Und geschafft. Wuh. Siebter September 1914. Die Taxis fuhren die ganze Nacht hindurch. Anna war stolz, Soldaten an die Front bringen zu können. Als Anna schließlich ihr Ziel erreichte, erblickte sie die schreckliche Realität mit eigenen Augen. Tja. Hauptsache immer schön euphorisiert. 7. September, Frankreich, Marren. Okay. Auf zum Soldaten. Sollen wir den erstmal von seinem Pferd weg? Weih! Jön. Oh. 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 Oh no, 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 no. No, no, no. Fallssi. Oh no. Hey, hey. Oh. äpp oss. Ja. tumorsi. ��4. danger. Oh no. Oh no. No, 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 no. Non. Hey, hey. Wäre der Ausgang egal gewesen? Oder müssen wir das Ganze nochmal machen? Okay, nochmal. Ach, wir müssen auch mit B. Ich drücke immer nur A. Naja. Und B. Aha, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. B, B, B. Uh. Sorry, Monsieur. Sieben Monate vergingen, während derer sich Anna mit unerschütterlicher Hingabe dafür einsetzte, das Leid der verwundeten Soldaten zu lindern. Jedes gerettete Leben bedeutete einen kleinen Sieg über den Krieg. Doch der Krieg wütete weiter. Wo viele tote Menschen? Ist das ein zerbrochenes Rohr? Ah, ein Schrapnell. Labnell, eine Granate, die mit Bleikugeln gefüllt ist. Je nach Einstellung konnte die Granate bei Bodenkontakt oder noch in der Luft explodieren und ihre Kugeln verschießen, um noch mehr Schaden anzurichten. Teilweise verheeren, Schaden, ja. Oh, wir sind schon in Ypern. Belgien. Okay, rotes Kreuz nach rechts. Es scheint genug zu tun zu geben, da für uns. Nee. Moment, das Blutbad. Die ersten drei Monate des Krieges waren unvorstellbar blutig. Der 22. August 1914 gilt als der verlustreichste Tag des gesamten Konflikts. Auch die Zahl der Schwerverletzten überstieb bei weitem alles, womit die Generalstäbbel gerechnet hatten. Das Sanitätswesen der damaligen Zeit war mit einem Konflikt solchen Ausmaßes völlig überfordert. So, wir haben einen Tagoreintrag. 7. September 1914. Die Lage hier ist entsetzlich. Gestern war ich noch in meiner warmen, gemütlichen Wohnung und jetzt bin ich in den tiefen... Moment. Ah, nee, 7. September. Ich wollte gerade sagen, am 9.22. schon. Und jetzt bin ich in den Tiefen der Hölle. So viele sind tot, so viele junge leben verloren. Heute Morgen konnte ich einen Soldaten retten. Aber es gibt so viele, die gepflegt werden müssen. Morgen versuche ich näher an die Front zu kommen, damit ich den Bedürftigen helfen kann. Okay. Rotes Kreuz. Wasser. Einen Knopf oder eine Bowlingkugel. Feldgeschirr. Achso. Feldgeschirr mit Löchern. Beide Teller dieses Feldgeschirrs weisen Löcher auf. Vielleicht nicht mehr sehr nützlich, um noch etwas zu essen, aber scheinbar lebensretend für einen Soldaten. Das Feldgeschirr wurde auf Nierenhöhe getragen. Als die Granate explodierte, hat das Feldgeschirr das kochend heiße Schrapnell gebremst und dem Soldaten das Leben gerettet. Das Feldgeschirr wurde mit Rauch geschwärzt, damit es in der Sonne nicht glänzte. Not macht erfinderisch. Wow. Okay, wir warten einfach mal durch einen Berg vor Leichen. Das ist ein weiterer Brief. Brief eines preußischen Soldaten. 6. September 1914. Meine liebe Tochter, wir rücken zügig durch Frankreich vor. Die Landschaft ist wunderschön. Ich würde das lieber mit dir genießen, als hier Menschen zu töten. Ich denke die ganze Zeit an dich. Dein Vater. Ah doch, Wolfgang. Dort, hier unten gibt es nichts mehr. Irgendwas versteckt. Dort, wir müssen erstmal irgendwo, irgendwie, auf irgendeine Weise Wasser besorgen. Hier im Lazarett vielleicht. Eine Säge. Okay, wir haben die Säge mit dabei. Amputation. Diesmal die richtigen Tasten. Wow. Gut, dass ich mich vollkommen auf den oberen Bildschirmrand konzentrieren muss. Gut. Hm. Es hält nochmal jultig, Jahre. So, Herz. Socken. Ah. Talgsocken. Socken, die in Talg getaucht und mit Formalin überzogen wurden, waren die effektivste Möglichkeit, die Kälte und Feuchtigkeit abzuwehren und so Frostbäulen und anderen Verletzungen vorzubeugen. Zumindest glaubten die Leute, dass es helfen würde. Egal wie effektiv diese Socken auch waren, der beste Freund des Soldaten war nun mal ein trockenes Paar Socken. Das kann ich mir vorstellen. Was fehlt hier? Einfach nur das Glas? Hm. Ich glaube, so kriegen wir das Glas nicht voll. Wir nehmen die Säge nochmal mit. Wir hier hinten nach hinten. Jo, können wir sogar. Perfekt. Gut, wir haben einen warmen Schal mit dabei. So, das Wasser ist gefüllt. Du brauchst eine Krücke. Brauchst du auch irgendwas? Nein. Du brauchst die Krücke. Okay. 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 Hauen wir erstmal das Wasser. Schal liegt im Zelt. Nicht, dass das Wasser Schal wird. Prost. Und noch was für uns? Wo geht da hin? Wo haben wir jetzt die Säge hingelegt? Ich glaube, die lag jetzt noch hier hinten am Bäumchen. Da liegt da auch noch was. L'Infirmier Hospital? Hospitalier. Krankenschwesternhandbuch. Die Kriegsbemühungen forderten plötzlich ein größeres medizinisches Chor und es gab nicht genügend qualifiziertes Personal. Daher wurden Handbücher verfasst und verteilt, um Freiwillige auszubilden. Die Handbücher boten viele praktische Lösungen für logistische und medizinische Probleme an der Front, etwa zum Herstellen einer Krankentrage- oder Beinschiene mit Hilfe von Gewehren und ihren Gurten. Na, super, Sarah. So, wo gehst du hin? Wir besorgen dir schon deine Krücke. Gut, gehen wir über die Brücke. Aha. Der Griff der Schaufel sieht doch so ein bisschen aus. Okay, den müssen wir ein Kreuz besorgen, zum Beerdigen. Die Krankenschwestern. Sie sind die Engel des Weltkrieges, Freiwillige, die vom Roten Kreuz oder den Armeen angeworben wurden, ob an der Front oder in den Krankenhäusern des Hinterlandes. Sie waren Pflegepersonal, Mutter und Vertrauensperson in einem. Ihr Tagesablauf war körperlich und seelisch überaus belastend. Sie tauchen in den Erinnerungen vieler Soldaten auf und für so manchen Sterbenden waren sie die letzte Begleitung. Nach dem Ende des Krieges wurden sie demobilisiert. Okay. Ah, den müssen wir den Arm verbinden. Dafür benutzen wir mit Sicherheit den Schal. So, hier ist ein Kreuz. So, wir haben einen Teil der Krücke. Reicht das schon? Hier, kannst du hier mitlaufen? Ja, kann er sogar. Gut, jetzt noch den Schal holen. Und raus hier. Ja, du kriegst deine Arme, Wickel. Okay. Jetzt taucht noch ein Symbol auf. E, 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 E. Gut, ich glaube, wir haben alle. Herz, Herz, Herz. Ist hier noch was? Nein. Nur noch ein Sammelobjekt. Ein Kamm. Ein sehr filigraner Kamm. Ein Läusekamm. Aha. In ihren Aufzeichnungen berichten die Soldaten oft, dass sie den Krieg gegen die Läuse und Ratten in den Gräben verloren hätten. Abgesehen von Läusepulver war das einzige Mittel gegen Läuse dieser feine Metallkamm. Wenn Soldaten hinter die eigenen Linien zurückbeordert wurden, schrubbten sie sich mit heißem Wasser ab und kochten ihre Kleidung oder bekamen direkt eine neue Uniform. Läuse. Oh, hier ruft uns noch einer. Hoffentlich nicht allzu schwer verwundet. Oh nein. Im Graben. Oh, ein deutscher Soldat. Ups. Morphium-Spritze? Ah, angeschossen. Und Alkohol drauf. Oder Wasser. Danke. Danke. Die französischen Offiziere unterhielten sich über Belgien. Die deutsche Armee schickte sich an, eine neuartige Waffe zu testen. In der Nähe von Ypern, Annas Heimatstadt. Papa! Anna machte sich auf, ihren Vater vor der drohenden Gefahr zu warnen. Als sie den Stadtrand erreichte, wurde sie vom Heulen der Sirenen empfangen. Das tödliche Gas war ihr zuvor gekommen. Fui, fui. Die Deutschen haben das Chlorgas geworfen. Gut, wir nähern uns, äh, unserem alten Standpunkt. Indem wir jetzt mit Anna wahrscheinlich auf die Suche gehen werden nach ihrem Vater. Lassen wir mal im nächsten Teil. Bis dahin. Macht's gut. Und sauber bleiben, ey. Tschüss.